Wenn ich den Hamster so an so einer Kordel abseilen würde, hinter den Schrank, dann könnte der mir doch die Sachen da wieder rausschnappen. Na also das glaube ich nicht. Die Hamster, die holen sich bloß ihr Futter, aber alles andere bringen die doch nicht. Der könnte sich doch dann die Backentaschen mit dem Kleingeld vollstopfen und dann würde ich ihn wieder hochziehen. Ach ne, das kann ein Gurkitier machen an und für sich. Sie meinen, ein Gurkitier könnte das machen? Bitte? Ein Gurkitier? Ein was? Das kann gar kein Tier machen. Ach, gar kein Tier? Gar kein Tier.